Als nächstes kommt jetzt der, ich sag mal, etwas unangenehmere Teil von NAT. Bis eben war es noch verständlich, also wer es nicht gesehen hat, es gibt ein Vorläufer-Video hierzu. Und da war die Sache relativ klar, ein Home-Router tauscht halt die IP-Adresse aus, in einem Paket, was aus dem Heimnetz oder aus dem privaten Bereich rausläuft. Ja, mein Gott, kann man machen. Jetzt wird es aber etwas hakelig, denn ich habe jetzt mal einen zweiten PC mit dem oberen Heim-Router verbunden. Und das ist ja nun auch realistisch, man sitzt ja nicht zu Hause mit einem Gerät, sondern üblicherweise mittlerweile mit einem Rechner, mit einem Handy, einem Smart-TV und sonst was. Insofern muss das dann ja auch funktionieren. Und ich bin jetzt einfach mal ganz stumm. Hier dem unteren habe ich die 122.16803 gegeben und wir können ja mal testen. Jo, offensichtlich kann ich diesen Web-Server erreichen und das geht tatsächlich mit dem anderen auch. Sieht auf den ersten Moment jetzt nicht sonderlich dramatisch aus, aber hat es ehrlich gesagt in sich, denn wie kommen die Pakete zurück? Und das wollen wir uns jetzt einmal im Simulationsmodus detailliert angucken und erstmal überhaupt das Problem klarkriegen. Vielleicht hat man schon eine Intuition, was hier eigentlich schiefläuft oder was eigentlich eigenartig ist. Wenn nicht, sehen wir es gleich. Also wir wechseln wieder hier in unseren Simulationmodus und beobachten mal Pakete. Ich mache es jetzt mal so, dass ich zwei Pakete mehr oder weniger gleichzeitig losschicke. Also genau genommen ist es jetzt exakt gleichzeitig. Und die wandern jetzt exakt gleichzeitig zu diesem Heim-Router. Eins davon wird er jetzt puffern und die nacheinander dann auf der Leitung weitergeben. So weit, so gut kann man alles machen. Schauen wir mal. Also die kommen gleichzeitig am Router an. Der sucht sich jetzt nach welcher Regel auch immer einen von beiden aus. Also offensichtlich hat er jetzt das Pinke zuerst weitergeleitet. Dann leitet er das hellblaue oder türkise weiter. Server hat das Lilane schon bekommen, antwortet auf das Lilane, antwortet auf das hellblaue. Pakete laufen zurück zum Heim-Router und werden wieder zurückverteilt. Und damit sind beide Pinks erfolgreich. Ja, was mache ich jetzt hier für ein Drama drum? Der Hinweg ist relativ simpel. Also wir können uns das hier wieder angucken. Was sendet eigentlich PC0? Das ist wie eben auch. 122.168.02. Seine eigene IP-Adresse mit Ziel-Server. Seine eigene MAC-Adresse mit Ziel-Default-Gateway. So weit, so gut. Das macht er hier in hellblau natürlich ganz genauso. Seine eigene IP. Web-Server. Er selbst. Default-Gateway. So weit, so gut. Jetzt gucken wir uns mal an, was beim Web-Server ankommt. Beim Web-Server kommt für den ersten Ping am Server ankommen, also Source-Adresse 14.10.10.10. Das ist wieder das NAT. Also der Router hat offensichtlich wieder die IP-Adresse getauscht und seine eigene Adresse als Source-Adresse eingegeben. Ziel-Adresse ist der Web-Server. Auch noch alles gut. Also wir reden von dem Paket, was hier jetzt gerade ankommt. So und jetzt antwortet der. Und jetzt langsam müsste man eigentlich eine Idee kriegen, wo das Problem ist. Seine Source-Adresse ist der Web-Server. Also der schickt was zurück. So weit, so gut. Ziel ist, wie gesagt, nicht die Rechner hier hinter, sondern Ziel ist einfach dieser Router hier. Das gilt jetzt für das Pinke. Wenn wir mal da drunter in das Paket gucken, das ist quasi der Pink vom anderen. Dann sieht das sowas von exakt genauso aus. Das heißt, die Adressierung dieser beiden Pakete, die hier eben zurückgelaufen sind, die ist exakt gleich. Auf Layer 3 ist das komplett gleich adressiert. Und jetzt entsteht eigentlich das Problem. Oder wenn man sich da jetzt reingedacht hat, finde ich zumindest erstmal ein sehr, 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 sehr großes Fragezeichen. Denn woher zum Teufel weiß jetzt dieser Router, welches dieser beiden Pakete, die ja beide exakt gleich adressiert sind, dahin soll und welches darunter soll? Dazu gibt es erstmal eine praktische Antwort, also eine praktisch relevante Antwort. Wir brauchen einen weiteren Layer. Das ist jetzt der erste Punkt in meiner Struktur, wie ich Netzwerktechnik beibringe, wo es notwendig wird, dass wir aus strukturellen Gründen, nicht irgendwie aus Anwendungsgründen, sondern aus rein netzwerktechnisch strukturellen Gründen, eine weitere Adressierung brauchen. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass dieser Heimrouter jetzt erkennen kann, an wen denn ein Paket aus dem Internet jetzt gehen soll. Ob an den hier oben oder an den hier unten. Mit Layer 3 geht es jedenfalls nicht. Und was jetzt kommt, ist eben Layer 4. Und auf dem Layer 4 haben wir zwei Hauptprotokolle, die da arbeiten. Einmal das TCP und das UDP. Und die liefern jetzt wieder eine neue Art, ja, eine neue Adressierung. Genauso wie wir im Layer 2 gestartet sind und irgendwann gemerkt haben, reicht irgendwie nicht zur Adressierung, wir brauchen Layer 3, brauchen wir jetzt plötzlich an dieser Stelle das erste Mal den Layer 4 mit TCP und UDP, um dann entsprechend die Pakete weiterleiten zu können. Und die Adresse, sage ich mal, die heißt dann nicht mehr Adresse, sondern die heißt dann Port. Also Port ist jetzt quasi eine Art zusätzliche Adressierung in Paketen auf Layer 4, sodass eben der Heimrouter entscheiden kann, woher eigentlich eine Anfrage mal kam, beziehungsweise wohin ein Paket jetzt weitergeleitet werden soll. Jetzt wird dem findigen Betrachter vielleicht auffallen, dass hier offensichtlich kein Layer 4 drin ist. Also Packet Tracer zeigt uns das ja an. Er zeigt uns ja im Prinzip alle, ja, alle Protokolle des OSI Layers, die in so einem, ja, Paket, was da durch die Gegend flitzt, verbaut sind, in Anführungszeichen. Und hier ist kein Layer 4 drin. Und jetzt muss man sich fragen, also man muss nicht, aber ich frage das jetzt einfach mal, woher zum Tanker wusste denn dieser Router, wo welcher Ping hingehen soll. Und jetzt kommt was, das ist für die Praxis, wie ich finde, hochgradig irrelevant, erklärt aber vielleicht an der Stelle, wie es denn hier jetzt funktioniert hat. Es hat nämlich hier nicht über Layer 4 funktioniert, denn ICMP arbeitet im Layer 3. Okay, und jetzt kommt was extrem Spezielles und wer nur einfach wissen wollte, was NAT ist und wie NAT funktioniert, der kann aber jetzt weghören. Aber wir können es uns ja mal angucken. Und zwar verlässt diesen Web-Server folgendes PDU. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen größer. Da muss man sich jetzt auch erstmal ein bisschen orientieren, das haben wir uns, glaube ich, noch nie oder habe ich mir jetzt auf dem Kanal hier noch nie angeguckt. Hier ist nochmal die komplette Struktur des ganzen Paketes. Und zwar haben wir einmal den Ethernet-Frame, der besteht aus dieser Präambel, haben wir mal gesagt, dem Start-Frame-Delimiter, der Zieladresse MAC und der Source-Adresse MAC, dem Typ, der eingekapselt ist, in unserem Falle ICMP, den Daten. Und diese Daten finden wir jetzt hier wieder. Also das hier sind quasi die Layer 3 Daten und der Frame-Check-Sequence, das ist die Checksumme gewesen, die dafür sorgt, also ne, dafür sorgt, ist falsch formuliert, anhand der sich überprüfen lässt, ob hier gegebenenfalls Bit-Fehler vorliegen mit einer seichten Fehlererkennung. Also ist kein ultrageiles Korrekturverfahren, aber hier könnte man schon erste Fehler detektieren. So, entscheidend ist das hier. Hier steckt jetzt was drin und zwar auf dem IP-Layer oder Layer 3 steckt hier Zeug drin. Die gehe ich jetzt nicht alle durch. Das sind die ganzen Einträge, die so ein IP-Paket beinhaltet. Hier sehen wir aber auf jeden Fall, irgendwo kommt die Source-IP und irgendwo kommt die Destination-IP. Also ich komme von Web-Server und möchte zur Router. Und jetzt stecken hier auch wieder Daten drin. Und in diesen Daten hier steckt jetzt ICMP. Das ist noch kein richtiger Sprung zu Layer 4. Das ist so eine, ja... Ich weiß nicht, ob es ganz richtig ist, zu sagen, dass es ausschließlich Layer 3 ist. Ich nenne es jetzt mal ganz frech Layer 3,5. Ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Deswegen will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Wer es in den Kommentaren besser weiß, dem gönne ich das. Der möge es bitte hinschreiben. Ich nehme das dann dankbar an. Jedenfalls im IP-Paket hier in den Daten steckt ICMP als nächstes. Type sagt so ein bisschen was über... Was ist das? Ist das eine Antwort? Ist das eine Frage? Also ist das ein Echo-Request? Oder anpingen? Oder ist das die Antwort auf einen Ping? Hier ist auch wieder so eine Checksumme verbaut, die irgendwie Bitfehler erkennen kann. Und jetzt kommt hier der entscheidende Punkt. Das ist dieser hier. Völlig unscheinbar gibt es hier eine sogenannte Sequence-Number. Und dieses Sequence-Number ist jetzt der eigentliche Grund, oder das ist eigentlich der einzige Punkt, wo sich diese beiden Pakete unterscheiden. Also wir merken uns mal, ich bin jetzt hier in dem hellblauen, also in der hellblauen Ping-Antwort. Ping-Antwort. Echo-Reply. Und hier haben wir eine Sequence-Number von 1024. Und wenn ich in die obere reingehe, dann finden wir an der gleichen Stelle die Sequence-Number 4. Das heißt, das sind tatsächlich die einzigen Unterschiede. Ich will jetzt nicht 100% beschwören, dass es wirklich die aller, aller einzigen Unterschiede sind. Aber müsste eigentlich tatsächlich so sein. Diese Sequence-Number ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Paketen. Und jetzt kommt der Gag. Der Heim-Router merkt sich beim Backschicken die Sequence-Nummer. Das heißt, er hat hier jetzt eine Nummer, die er sich merkt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie dann hinterher der UDP- und TCP-Port. Der merkt sich diese Sequence-Nummer oder guckt da rein, merkt sich die Sequence-Nummer und merkt, okay, von hier kam Sequence-Nummer 1024. Von hier kam Sequence-Nummer 4. Also kann ich entsprechend darauf antworten. Also wenn ich jetzt die 1024 zurückkriege, weiß ich, die gehört nach unten. Und wenn ich die 4 zurückkriege, weiß ich, die gehört nach oben. Und das ist der Grund, warum an der Stelle das NAT ohne echten Layer 4 in Anführungszeichen funktioniert. Man erkennt aber, dass das relativ friemlich ist. Und dass man, wie gesagt, eigentlich nochmal eine neue Adressierung brauchte, die eben genau diese Übersetzung ermöglicht. Und für alle Gamer unter euch, ihr werdet vielleicht schon mal das ein oder andere Mal so eine Art Port-Forwarding, oder wie euer Router das auch immer dann nennt, gemacht haben, wo ihr so gezielt irgendwelche TCP- und UDP-Ports wirklich zu einem Rechner im privaten Netz durchschleusen musst, dass damit irgendwas funktioniert oder irgendwas besser funktioniert. Und das ist der Hintergrund, warum man sowas braucht. Und als ob das nicht an dieser Stelle schon hochgradig verwirrend genug wäre, kommt hier jetzt noch eine Nummer rein, auch die hat überhaupt keine praktische Relevanz mehr, aber ist vielleicht wieder ganz interessant zu sehen. Wir springen nochmal ganz an den Anfang und gucken hier nochmal in die ersten Echo-Requests rein. Ich hatte ja von da und da einen Ping losgeschickt, zeitgleich. Und da können wir ja nochmal in diese Pakete reingucken. Also der erste Ping kam von oben, das war dieser hier. Und wenn ich hier reingucke, wie jetzt diese Paketstruktur wieder aussieht, dann sehe ich, hier übrigens ist es eben Type 00 gewesen, das ist Echo-Reply, also Antwort. Jetzt steht hier 08, das ist Echo-Request, also Anpingen mit der Sequenz Nummer 4. Wenn ich unten reingucke, dann sehe ich Sequenz Nummer 3. Das heißt, das ist der ursprüngliche Unterschied, anhand dessen der Heimrouter jetzt wirklich erkennen kann, dass das wirklich von zwei verschiedenen Absendungen kommt und das am Ende auch wieder rückseitig zuordnen kann. Warum jetzt diese Sequenz Nummer in dem einen Fall inkrementiert wird, irgendwie auf oder bis 2024 hoch und warum der Heimrouter die jetzt noch ändert, das ist jetzt wirklich nochmal zehn Ebenen spezieller und hat nun wirklich überhaupt keine Bewandtnis mehr. Ich habe das jetzt auch nur hier so klein gehackt, wie gesagt, ist ja keine praktische Relevanz, damit die Systematik klar ist, also damit jetzt doch irgendwie klar wird, warum das denn überhaupt funktioniert hat. Das hier ist der Grund. Damit war es das und ab dann kommen jetzt wieder Dinge zu UDP und TCP, die irgendwie wieder ein bisschen praxisrelevanter sind.